Senja, kommst du mal? Ich muss doch auf P1 ausweichen. Wen denn? Verena. Die Verena, die ist auch auf den zweiten Fahrzeug. Ja, super. Okay. Verena ist auf zwei, ne? Okay. 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 Kann man den? Den schwer oder den leicht? Gut. Auf die Spitze. Perfekt. Fakt. Der Deckel ist auf der Sitzung des Kalkinders ravedig. Da muss man das Rumpf erledigen. Na, das alleine ravedig. Und dann kann man das Rumpf, das ist ganz gut. Der Deckel ist der Schmerz weiche, Und dann kommt der Strich auf der Sitzung des Kalkinders ravedig. Zwiebeln Vielen Dank. 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 Vielen Dank.